ja hallo und herzlich willkommen beim tourhunter zum neuen video heute soll es mal um das motorrad hier gehen und zwar dinge die ich nicht mag an meiner z900 es gibt nicht viele aber es gibt ein paar und auf die will ich jetzt mal eingehen also erst mal was ich hier nicht mag ist alles jammern auf hohem niveau ganz klar aber wie gesagt es gibt ein paar dinge die mir aufgefallen sind wo ich mir sage nee das finde ich nicht so geil also erst mal es ist alles jammern auf hohem niveau die maschine ist geil die maschine ist gut die macht mir spaß immer noch ja punkt nummer eins hat keine traktionskontrolle grundsätzlich die traktionskontrolle ist hier drin hier habe ich hier in rechten hand aber so manchmal ist das halt schon echt anstrengend zu fahren weil man muss halt schon aufpassen wenn man irgendwo aus der kerre herausfeuert oder so da ist mir halt schon manchmal ist vorderrad hochgegangen ich weiß nicht ob das eine traktionskontrolle verhindert aber da musst du vielleicht aufpassen wenn du da gas gibst dann ja das ist eine sache eigentlich die kann man ändern mir ist die sitzbank zu hart auf langen touren also wenn man da mal mit 500 kilometer am tag fährt wird das echt schon hart also da tut mir echt an nicht an dem tag der popo weh sondern zwei drei tage später und das ist echt nicht so schön ja das ist halt ja aber das kann man ändern es gibt baxter sitzbänke es gibt die hohe sitzbank von kawa die ist ein bisschen weicher die habe ich schon mal ausprobiert da werde ich ja mal ein Auge drauf werfen dass ich die mal irgendwo günstig bekomme also die kostet so neu 160 euro das ist halt eine höhere sitzbank die ist zwei zentimeter höher und hat ein bisschen mehr schaumstoff drin weil hier ist echt schon so nach ein paar nach ein paar kilometern oder nach ganz vielen jetzt nicht so bei 300 am tag bei so einer standard tagesdur da merke ich noch nichts davon und wenn ich dann eine woche nicht fahre dann hat sich das alles aber wenn man so lange touren am stück fährt habe ich zum beispiel in österreich mal gemacht da bin ich ein tag gefahren 500 kilometer und zwei tage später habe ich immer noch gedacht das tut aber weh was sind denn da vorne geile karren breiter tiefer käfer noch was ja aber das soll jetzt nicht das thema sein dann sie hat wenig regenschutz vom popo wenn man mal ohne regen kombi fährt die macht einen ruckzuck den arsch nass ist möglich so also ist nicht schön da ist ruckzuck der popo nass wenn die straße mal nass ist und das ist halt echt nicht schön also ja das kann man halt auch nicht ändern dann sie hat cover typisch irgendwie doch hinten den splinten achse drin womit die die schraube fixieren da gibt es auch abhilfe da muss ich ja mal gucken da gibt es selbst sicher in der muttern aber das bedingt dass man dann keine sturzpads für die achsen hinten verwenden kann die man so zwischen die achse schiebt also wo die ja die man nicht zwischen die achse schiebt es gibt so sturzpads die machst du auf die achsen von zum beispiel gsg verlinke ich euch mal in der video beschreibung hatte ich an der scheuße dran habe ich jetzt hier müsste ich mal vorne wieder einbauen da geht letztendlich eine stange durch die hohe achse durch und dann hast du rechts und links sturzpads damit die schrauben und alles kaputt machst das ist so ein punkt guckt euch die aussicht dann ist schon geil, aber ist halt frisch ne ok jetzt sind sie in grad das ding stand die ganze zeit in der sonne dann haben wir noch so einen punkt das ist dass die kein also die hat eine restreichweite die hat eine reserveanzeige und alles und eine restreichweiten anzeige wie lange man fährt und so weiter wie viel man noch reichweite hat ich habe gerade jetzt noch 208 kilometer reichweite aber bei jamaa zum beispiel gab es so einen fuel trip der ist angegangen wenn die wenn die maschine auf reserve gegangen ist und das vermisse ich hier so ein bisserl dran also die jamaa hat jetzt zwei normale kilometer zähler trip 1 trip 2 und dann hat es halt den fuel trip gehabt das war schon ganz schön weil du dann weißt wie lang bin ich eigentlich schon auf reserve unterwegs aber wie gesagt das ist alles jammern auf hohem niveau so dann haben wir wir hatten sitzbank wir hatten dings hallo werden sitzbank wir hatten machten popo nass wir hatten keine sturzpads für die hohe achse wir hatten keine reserveanzeige wir hatten fehlende traktionskontrolle ich glaube das war's schon alles also es gibt halt nicht so viel zu meckern das ganze optische so wie zu langer kennzeichenhalter und so weiter alles ja mei das kann man ändern wie zu große blinker das geht alles zu ändern da habe ich schönes zeug von barracuda dran verlinke ich euch mal in der video beschreibung danke da an barracuda dass sie mir das zur verfügung gestellt haben wie gesagt also die die essentiellen dinge ist halt schon ein bisschen nervig muss man sich halt ein bisserl mit abfinden mir ist gerade noch was eingefallen der ziemlich große wendekreis das ist echt ein bisschen doof weil meine scheiße zum beispiel einen viel kleineren wendekreis und wenn du mal auf so straßen wie hier der überlegt ich könnte jetzt mal umdrehen weil ich einen geilen fotospot gefunden habe brauchst du halt echt schon ein bisschen platz das ist echt unschön zum beispiel jetzt hier ist das echt salz hier seht ihr wie ich da hantieren muss das ist halt echt unschön und das ist ja so eine sache die man nicht ändern kann also sonst so das ganze auspuff optik thema und so weiter das kannst du alles ändern aber das kannst du nicht ändern es ist halt konstruktiv so vorgegeben und deshalb und deswegen mag ich das nicht so und jetzt fahren wir noch so ein bisschen durch die gegend dass das video hier nicht zu kurz wird aber wie gesagt das sind so die dinge die mir nicht gefallen es gibt ganz viele dinge die mir gefallen aber das seht ihr in einem anderen video auch so längskanten fahren ist echt nicht so schön jetzt ist mein helm komplett zu jetzt zieht er nicht mehr kalt rein da waaah weh uff Ja, fahren wir noch ein bisschen im Winter durch die Gegend. Es ist halt schon echt frisch jetzt. In der Sonne sind es zwar 10 Grad, aber im Schatten und die Straße und alles, das ist alles kalt. Aber gut, ne? Mal fahren macht trotzdem Spaß. Kann man nicht anders sagen. Schon ein paar Videos heute abgedreht. Ich glaube, ich werde gleich nochmal 1, 2, 3 Bilder für Instagram machen. Folgt mir da auch mal. Da heiße ich Tourhunter, wie bei YouTube. Könnt ihr immer schöne Bilder sehen. Kommen jetzt noch ganz viele schöne. Untertitelung des ZDF-R fahr aber noch so ein bisschen im winter durch die gegend also wie gesagt habe ich ja schon ein video darüber gemacht verlinke ich euch mal als infokarte was es zu beachten im winter beim fahren muss halt echt vorsichtig sein es kann glatt sein irgendwo hab schon jetzt gemerkt die straßen sind leicht feucht in so einem schatten bis wie hier an der sonne ist wieder schön aber die z900 ist halt kein motorrad für den winter na gut man könnte sich griffschalen und so weiter alles ran bauen aber ich will die optik nicht verschandeln aber so griffschalen es gibt da lösungen von großen superherstellern swmotech zum beispiel da gibt es bestimmt etwas optisch passendes dazu aber hier ist komplett glatt mit der hohlachse kann ich euch gleich mal irgendwo zeigen steige ich mal kurz ab halt mal kurz an dann können wir mal sehen was ich meine ja aber es ist halt echt auch kalt eine weine also das zieht halt vollkommen ran auch gut damit muss man halt leben ja schön sein muss leiden war schon immer so war schon immer so wird auch immer so bleiben bis die kopro nach rechts hängen bis die kopro nach rechts hängen ja ich danke soweit fürs zusehen lasst ein like da kommentiert mal die z900 fahrer was euch so an dem bike nicht gefällt der rest kommentiert auch mal was er so von meinen videos haltet und wenn euch mein content gefällt abonniert meinen kanal Tschö